Romatra ist so dumm, oder? Romatra, ich schwöre, Digga, wirklich... Was ist denn mit dir? Alle bitte jetzt leise sein. Drei... Zwei... Eins... Hey! Ich war noch gar nicht fertig. Wir spielen heute zusammen Trouble in Terroristown und wir haben sauviel... Boah, Minecraft! Oho, geil! Wir haben sauviel Leute mit dabei. Alter! Digga, Mom, da ist aber das Falte-Texture-Pack drin. Ähm, ihr kennt... Ihr kennt alle Trouble in Terroristown. Wir haben mit dabei den guten Vles, den guten Papo, den guten Romatra... Ach, egal. Äh, Henno. Sola ist mit da, Spei. Sterzig ist mit dabei. Wird ne arschgeile Runde. Die letzte Folge gab es mal Sterzig und die übernächste... Ne, die nächste Folge. Ich bin auch dabei, Leute. Ich bin grad... Preparing und Innocent. Kann ich so sagen. Kann ich so sagen, wie es ist. Aber Henn doch Platz! Du... Komm mit, Herr Noblatt, wir gehen in den Traitor-Tester. Komm! Wie, ist verboten? Das ist ja echt übellangweilig. Aber wir können's machen, kaum ausnahmsweise. Okay, komm. Mach die Kiste auf. Boah, ein toller Item. Kein Traitor. Man kann hier wirklich aufmachen, das wusste ich nicht. Ich bin ne... Bitte, 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 bitte. Ist das beim nächsten Mal? Einen epischen... Victory-Royal haben wir schonmal. Ich bin immer ehrlich, ich bin wieder innocent. Ich auch. Vielleicht lüge ich euch aber auch an. Ich bin hier mit Henn doch Platz alleine. Max, wollen wir in Nether gehen? Ich geh in den Nether, hau rein. Äh, weil... Ich muss den kurzfristig machen. Aber du hast einen kleinen Block! Aldo, gib her, Junge! Hier, nein, nein, nein! Soda, hier rein, in den Ofen! Soda, hier rein, in den Ofen! Wir brauchen noch sieben. Alter, dann haben die Innos gewonnen, ne? Ja, dann haben die Innos gewonnen, let's go! Okay, lass uns alle in den Nether gehen. Komm, wir suchen den Netherman von Trimax. Let's go! Bin drin, mit Sterzig. Sterzig, geh in die Lava, als beweis, dass du kein Netherman bist. In die Lava, um zu beweisen, dass du kein Netherman bist. Dass ich kein Fass bin? Ein Netherman! Ein Netherman, Alter! Was ist das? Ah, Sterzig! Sterzig? Okay. Revi ist tot, wahrscheinlich. Sterzig, sag mal was! Ja. Ah, Stero! Ohhhh! Hab ihn! Nice! Leute, was ist passiert? Ja, ich glaub schon. Sterzig, Sterzig. Nee, nee, ich leb noch. Okay. So, fünf noch. Der hat mir ne Finte gelegt! Das war ja Müll, ne? Dafür... Der hat mich angelogen! Ich wusste nicht, dass der Traitor ist! Der hat so getan, als wäre mein Freund! Er war aber böse! Lügen ist verboten! Okay, wir beobachten das Ganze hier. Romatra scheint der andere Traitor zu sein. Extrem schwach. Und der arme Hanno, er weiß nicht, was passiert. Romatra ist auch so schlecht, Alter. Romatra... Warum lachst du? Romatra ist so schlecht... Der ist der Welt, wirklich. Der ist so dumm, Alter! Macht er auf der Arbeit später auf, wenn die Rakete abstürzt. Mann, die Pläne funktionieren nicht. Romatra studiert das, aber der streamt immer noch. Er könnte als Raketenwissenschaftler sicherlich einen Job finden. Nee, kann er eben nicht. Aber... Genau, das ist das Ding. Er muss halt streamen. Das ist das Problem. Der ist zu dumm. Der ist einfach zu dumm. Der hat das zwar studiert, aber das bringt ihm nicht... Wir haben jetzt gespielt und die Leute denken einfach nur so... Nee, komm. Geh bitte einfach nach Hause. Wiedert mich an, wie ihr hier mit Twitch Prime kommt. Bäh, Romatra. Bäh! Sterzig, alles gut? Leute, Sterzig blutet aus dem Kopf und tanzt. Aber er fühlt's, ne? Oh, ich bin wieder da. Er fühlt's. Ah! Was ist geschehen? Mal ist geschehen. Apache, ne? Apache kenne ich, den Rapper. Apache bleibt gleich, Alter. Nee, also ich bin der Innos-Fan wirklich jetzt. Ah! Traitor, Alter. Sterzig ist noch bei mir. Oh, das ist mein Korn. Oh, da ist... Ich glaube, ich glaube, Sterzig ist der Traitor. Alter, du magst raus. Sterzig, spring hier runter. Warum? Das ist ja weird, Alter. Ich schieße dir jetzt in den Fuß, wenn du nicht da runter springst. Und ich schieße dir in den Kopf, wenn du das machst. Dann schieße ich dir zuerst in den Kopf, hm? Wer war grad im Nether? Sterzig. Er lügt halt einfach. Du bist so ein Lügner. Im Nether liegt Papo. Revi Inside is a Traitor. Hey? Was? Nein, Moment, das stimmt nicht. Was heißt das? Was heißt... Hier steht innocent. Hier steht innocent. Ja, es ist super hart, das Ding irgendwie umzudrehen. Hä? Warum hast du ihn jetzt erschossen? Ich hab keine Ahnung, hey. Was machen die zwei Idioten da, Digga? Digga, was machen die zwei Retards da? Hör auf zu lügen jetzt. Hör auf, Gott. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Mann. Was machst du denn? Oh, hier... Digga. Was für ne Müllrunde, Alter. Bro, das ist übertrieben assi gewesen, Max. Ich war nämlich nicht. Du hast einfach wieder gelogen. Ey, Leute. Auf der Ebene kann und will ich mit euch nicht spielen, wenn ihr immer gelogen wird. Wir sind jetzt alle ehrlich. Wir sind jetzt alle ehrlich, was wir sind, okay? Innocent. Es wird die Wahrheit getalkt. Ich hab gedacht, wir sind noch in Aufmerksamkeit. Es wird die Wahrheit getalkt. Es wird die Wahrheit getalkt. Es wird die Wahrheit getalkt. Romatra? Ja, was denn? Wo siehst du? Ich muss einfach aus. Hä? Schieß den da runter. Der ist ne Hexe. Der ist ne Hexe. Schieß den runter. Schieß den runter. Schieß den runter. Schieß den runter. Schieß runter. Gut, Scher, was machst du da? Ich snipe ihn da runter. Ja. Oh. Wlesk hat ihn da runter geschossen gerade. Wlesk, warum? Er hat ihn umgebracht. Hallo? Sorry. Nein, stopp. Können wir vielleicht kurz... Der hat jemanden umgebracht gerade, okay? Ähm. Können wir jetzt ne Beerdigung organisieren? Ja, gerne. Wie ist der denn geflogen, bitte? Cheater, Hacker, irgendwas. Kutcher sagt wieder gar nichts. Ich muss auch fliegen. Ich muss auch fliegen. Sterze, tanzt hier die ganze Zeit um mich herum mit seiner Shotgun. Das macht mir ein bisschen zu schaffen. Jetzt bin ich wieder... Du bist straighter, du tanzt rum. Du hast eben getanzt, nur böse Menschen tanzen. Ja, wahrscheinlich. Du musst dich drauf stellen auf das Minecarps und dann musst du... Ey! Wer schießt mich ab? Aber ich muss gerade fliegen. Revi, der ist hier oben hinter der Kante. Warum hast du auf Kutcher geschossen? Jawoll, ich kann auf fliegen. Hey, Revi hat Kutcher geschossen. Wo ist der? Wo ist der? Da oben. Warum hast du Revi hat sterzig abgeschossen? Ey, Revi hat nichts gemacht. Dann bist du's. Ich bin's nicht. Mit Nover? Romatra? Bro, what the f***? Ich hab nichts gemacht, Max. Was laberst du? Okay. 1-1er, Digga. 101? Okay, Jungs, ich leb noch. Ich lebe noch. Okay. Okay, aber... Dann seid ihr beide Traitor. Nein, ich bin nicht Traitor. Ich bin auch kein Traitor. Dann ist es Max. Warum bin ich... Digga, weil du gerade auf die beiden geschossen hast. Du hast mir angehangen. Wer lebt noch? Romatra, ne? Ja, ich lebe noch. Warum? Warum lebt Romatra noch? Max hat ne Traitor-Waffe in der Hand. Ja, ich versuche die gerade zu aktivieren. Wie geht denn das? You need to charge first. Wie charge ich? Romatra ist oben am Turm. Ja, ich weiß. Ich hab doch Dings. Aua. Warte, das geht ganz einfach. Aua, wieso bin ich so kacke? Ja! Du hast aber auch schon mal besseres Aim gehabt. Ich bin wieder Traitor-Innocent. Stupid. Jetzt bin ich Kutscher. Hat Romatra gar nicht gesagt, ich bin schon wieder Traitor? Nein! Äh, Romatra muss sein. Ich hab noch ein Hümpf... 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 Okay, stopp. Lasst uns alle im Nether den Nether-Drachen töten. Sola... Sola ist die ganze Zeit... Sola, bleib mal stehen bitte. Spring mal ins Wasser. Kannst du schwimmen? Ruhe, Ruhe. Sola, kannst du ins Wasser gehen? Ja. Kannst du über Wasser... Traitor, die Hexe schwimmt. Traitor. Schieß drauf. Schieß drauf. Ey, stopp! Wer war das? Max. Sola also. Aha. Sterzig also. Sterzig. So, so, Sterzig. Das geht ein Schuss ins Knie. Jungs, wie findet ihr das Haus... Jungs, wie... Jungs, wie findet ihr das Haus, was ich mir gebaut hab gegen die Creepers? Alter, Rebi, pack nicht. Ich hab ne Kiste hier. Mein Back wurde mir gestohlen. Von... Ey, Romatra! Ich hab ihn... Ist du wieder Romatra, oder was? Ich hab den weggemacht, oder? Ja, sag ich doch. Ich hab ihn... Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Was macht der Junge? Ist der... Oh Mann, ey. Also Sterzig spielt das auf jeden Fall nicht dumm, Alter. Der wird gleich alle nacheinander snipen. Der wird jetzt alle nacheinander snipen. Mann, sind die drei lost, Alter. Die hängen alle zusammen, Mann. Ey, die hängen alle zusammen. Auf einem... Auf einer Stelle. Das ist eh wieder Romatra. Die raffen es nicht. Liga, sind die dumm? Also, ich bin hier oben. Und warte drauf, dass ein Traitor auf mich zukommt. Max kommt grad zu mir. Wer ist grad gestorben? Na Kutscher, oder? Ist einer von euch beiden. Das ist, ne? Romatra, Romatra, Romatra. Romatra schreibt den. Zett, ich kann das Game nicht. Ganz ehrlich, das brauche ich wie... Oh, ist der behindert. Der hat Selbstmord begangen. Hä? Der ist kein Traitor. Ja, ja, ja. Super. Chicken an Fenster. Oh Gott. Oh mein Gott, er hittet das. Mann. Das ist so okay, Alter. Ich wusste, dass der hat sich dahinter steckt. Ich wusste es von Anfang an. Du weißt gar nicht, wer oft dich für dein Leben gerettet hat mit diesem Demonic Possession. Der war so oft auf deinem Kopf drauf gesessen. Halt's Maul, du hast dich grad noch gesteuert, ne? Ich bin schon wieder in O. Ja, ja. Mann, ist das ätzend. Ey, äh, Sola hat grad vor nur auf mich zu schießen. Er hat es aber nicht geschafft. Sola hat eben auf mich geschossen. Okay, Sola, dann möchte ich, dass du jetzt schwörst. Auf Minecraft. Auf Endermänner. Ne. Das geht zu weit. Sola ist Traitor. Baby, geh weg. Der hat sich will, dass ich weggehe. Ich geh weg. Baby, dann geh auch durch das Loch da. Ich bin zu fett, Alter. Und jetzt gehen die Mindgames jetzt richtig los, Leute. Ich werde beschossen, ich werde beschossen. Wo bist du denn? Im Wasser. Ich bin ertrunken. Leute, jemand arbeitet mit dem Wasser zusammen. Ich habe Schaden bekommen, als ich nicht Luft geholt habe. Ey, jetzt mal ehrlich, Jungs. Ich habe gerade Schaden bekommen, als ich nicht Luft geholt habe. Das muss ein Traitor gewesen sein. Deine Lunge betrayt dich. Meine Lunge betrayt mich, Alter. Weil ich Asthmatiker bin. Ich glaube, dieser Traitor-Tester, der sagt, dieses Tester-Ding zeigt einfach immer das Gegenteil. Nee, ich glaube, du kannst einstellen, was du... Du kannst, glaube ich, einstellen, aber... Max ist bisher der Einzige, der es benutzt hat. Hanno, 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 Hanno ist es, Hanno! Wo ist er denn? Der ist oben im Leuchtturm. Nicht schlecht, wie er da oben steht, Alter. Oh, Mann. Oh, Junge, Max, wie eklig. Also, ich bin natürlich gemütet, die hören mich nicht. Jetzt hat er einen Taube. Bro, bist du dumm, Romatra. Romatra, was ist denn mit dir, Alter? Romatra, dein Gameplay kotzt mich richtig an. Sorry, auch wenn ich tot bin, es kotzt mich übertrieben an. Wie sch*** du bist, Mann. Solava Inno. Ja, Max. Das kann dir doch egal sein, oder? Max, du richtig dumm, bringt alle um, sagt Solava Inno. Stark, Mann, stark. Romatra ist auch Traitor. Okay, ich habe Max aufgedeckt, der jetzt liegt dir tot. Ich schieße nochmal drauf. Romatra? Ja? Ich bin ja nicht Traitor. Äh. Alter. Das war unlucky, Romatra. Romatra, das war wieder so schlecht. Wie der mit der Bombe da rumläuft, wie so ein Bot, Alter. Romatra, ich schwör, Digga, wirklich, was ist denn mit dir? Für die ganze Gaming-Industrie, es ist ein Shame. Können wir uns jetzt nochmal die Frage stellen, warum er die ganze Zeit Traitor ist? Keine Ahnung. Er schläft mit dem Admin, es war klar. Ey, sag mal, wenn wir jede Runde einfach Prinz für Romatra töten, ist die Chance, dass wir einen Traitor kicken, relativ hoch. Ich bring Romatra um. Mach es. Finde ich valide. Why? Interessant. Ja, okay, gut. Wusste ich nicht. Haben wir aber jetzt schon mal ausgemerzt, ne? Dann muss das ja nächste Runde sein. Dann... Geil! Oh mein Gott, mit der Schaufel... Vlesk, hör auf, Digga, die ist sau gefährlich. Vlesk, macht mir ein bisschen Sorgen. Sterzig ist auch hier mit der ganze Zeit in mir. Der ist auch schon verletzt. Der ist... Der hat sich... Der ist Traitor. Sterzig, warum warst du im Neta? Da war doch Papu auch... Traitor. Grabe ich, das ist mein Minecraft-Haus. Sofort. Hier ist meine Freundin und ich wohne hier. Ich hab hier... Betten... Das wird hier nicht... Ah! Hä? Warte, warte. Es ist Sterzig! Das Game ist doch nicht... Schönes Ding. Ist ja nicht so, als hätte ich das gesagt, dass Sterzig es ist. Ich wusste es. Wenn er sich selbst verletzt, muss er Traitor sein. Ich hab bis jetzt jede Runde gewonnen. Und Romatra hat immer verloren. Gut Leute, das war's von diesem wunderschönen Video. Wenn ihr mehr davon sehen wollt von Trouble in Terrorist Town, dann lasst alles in der Videobeschreibung verletzt. Das war's von diesem wunderschönen Video. Danke. Alles weg! Danke. Danke. Danke, irmisch! Danke. Danke. Danke! Danke.